Hallo, mein Name ist Frank Tömmes, ich bin der Geschäftsführer von Perform Sports. Wir befinden uns hier bei unserer EMS Functional Training Fortbildung. Eine neue Fortbildung in unserem Programm. Das Wissen, das wir hier vermitteln, ist prinzipiell sehr stark auf das Thema Bewegung, Faszien, Bewegungsprogramme, Bewegungsmuster ausgerichtet, bei denen wir EMS zur Verbesserung von vielen Zielen der Kunden, aber auch von Körperwahrnehmung und allgemeiner Fitness mit einsetzen. Termine sind verfügbar in ganz Deutschland und wir freuen uns, euch zu besseren EMS-Trainern machen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ems-Trainern